Meine Damen und Herren, mein Name ist Mario Oetl, ich habe es bereits hinter mir. Es ist die schöne Dusche und der Hemet hat es auch vor mir, wo er ist sich und da ist er. Hemet, auf geht's! Das ist überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. Ja, das sieht gut aus.